Was mir im Leben am meisten gefällt, das sind die Ohr wie die Leid. Manche Leute, die Menschen seht, doch jedes Morgen bleibt frei. Ein Ohr, der meint, der kommt bevor, als wir ein Gotteshaus, dann von der Kirche und die Ohr wie die Leid, doch geht dein Segen aus. Der Chor bot den Frauen Unterhaltung und die stimmungsvollen Proben lockten immer mehr Mitglieder an. Das war so, nach der Gitarre-Bitesch ist kein Chor nicht gewesen. Und den ersten Chor haben wir gesungen bei dem Begräbnis. Nachdem hat es unsere Lehrerin gehört, und nachdem hat sie uns zusammengerufen und hat gesagt, wir haben so schön gesungen, hat sie uns ein bisschen nachhergebrungen mit der Ader hat, hat sie gesagt, wir sind in die Probe gekommen und nachher machen wir den Chor. Und so ist dann der Chor einstanden. Aber wir sind in der Ochte nur gewesen, wir sind nicht mehr gewesen, aber es ist zufrieden gewesen mit uns. Also jetzt haben wir nicht dazu, aber jetzt ist es ja schon schöner und so kommen. Jetzt sind es schon mehr. Also das zählt halt mehr ab, die Stimme und bei allen. Ich bin ein neigeres Kind gewesen. Und nachdem bin ich alle zwischen alle Leute rumgewuschelt. Und dann war ich so gern gesungen, beim Feuderschleißen, beim Guckruz, heibbing, aushäbbing. Dann haben sie mich schon mitten in der Weingarten auch ausgehen und angebunden, die Weiber und haben alle gesungen. Und mit denen haben wir noch alle die Lieder gelernt. Ich kann auch viel, stark viel kann ich. Ja, aber jetzt bin ich schon alt. Aber es kommt noch vor, dass ich vergesse, aber ich habe gesagt, kommen wir noch mal rein. Ja, 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 ja. Räppchen, noch mal Räppchen zu holen.